Hallo und herzlich willkommen natürlich draußen. Wir stehen hier in der Adersbacher Felsenstadt und dieser Geselle begrüßt uns für unseren Rundgang. Es gibt hier mehrere kleine Rundwege, die man gut bewältigen kann an einem Tag. Wir schauen uns erstmal den Weg mit der grünen Markierung an, also durch die Felsenstadt geht es für uns jetzt. Schaut euch mal diese beeindruckende Felsformation an, das ist der sogenannte Zuckerhut. Wir sind zunächst den Rundgang durch die Felsenstadt mit der grünen Markierung gegangen. Erst danach sind wir den Weg um den See gegangen, aber es würde sich anbieten das Ganze andersrum zu laufen und den See zuerst zu gehen. Viel falsch machen kann man hier allerdings nicht. Wir stehen hier gerade vor dem gotischen Felsentor, ein berühmtes Motiv hier von der Felsenstadt und es sieht auch so aus, als ob wir gleich ein verwunschenes Reich betreten würden. Na dann kommt mal mit in dieses andere Reich. Der Rundweg, der hat auf jeden Fall einiges zu bieten. Er führt durch solche tiefen Schluchten wie diese hier aber auch an gewaltigen Felsformationen vorbei. Und die eine oder andere Aussicht ist sogar auch mit dabei. Und bis zum kleinen Wasserfall ist der Weg sogar barrierefrei. Viel Spaß bei den folgenden Impressionen. Wir stehen hier vor Rübezahlts Zahn. Also die Wurzel, die sieht jetzt nicht mehr so intakt aus. Und von Rübezahlts Zahn hier drüben kann man direkt rüberschauen zur Teufelsbrücke. Das hier ist der kleine Wasserfall. Wir kommen aber gleich noch an einen großen Wasserfall. Zumindest laut Ausschilderung. Den großen Wasserfall, den haben wir jetzt erstmal ausgelassen. Wir wollen nachher nämlich noch sowieso zur Weckelsdorfer Felsenstadt. Zumindest ist das unser Plan und da ist das auf dem Weg dann mit dabei. Wer allerdings nur den grünen Rundweg machen will, der sollte den Abstecher zum großen Wasserfall auf jeden Fall noch machen. Wir wollten ja sowieso den gelb markierten Weg noch weiter gehen. Deswegen haben wir uns den großen Wasserfall erstmal aufgespart. Nachdem wir jetzt einige Treppenstufen hinaufgekraxelt sind, werden wir mit einer wunderschönen Aussicht belohnt, dem sogenannten großen Panorama. Hier links der Felsen, das ist der Bürgermeister und rechts, das ist die Bürgermeisterin. Seht ihr, wie sie sich ansehen? So, dann folgt mir mal ins Mäuseloch. So, den Rundgang durch die Adersbacher Felsenstadt haben wir jetzt hinter uns. Wir gehen jetzt noch eine Runde um den See und dann schauen wir mal, ob wir den gelben Weg noch weiter gehen. Wir hatten an diesem Tag regnerisches und nebliges Wetter. Der See, der wirkte dadurch allerdings richtig mystisch. Das war der Rundweg um den See und jetzt geht's durch die Wolfsschluft zu den Weckelsdorfer Fels. Ihr müsst einfach der gelben Markierung folgen. Den Weg bis zur gelben Markierung, den ersparen wir euch jetzt mal, denn den kennt ihr schon. Das ist Teil des Rundwegs. Einfach den grünen Markierungen folgen. Wir stehen hier am großen Wasserfall und schaut mal, wie sich das Wasser schon in den Sandsteinen auf dem Stein gegraben hat und richtige Früchen gebildet hat. Wir folgen jetzt erstmal der gelben Markierung Richtung Teplitze, aber ich habe dann nochmal einen kleinen Umweg eingeplant. Mal gucken, ob wir den wirklich mitnehmen. Auch wenn der Weg mit der gelben Markierung kein Rundweg ist, er lohnt sich wirklich. Vor allen Dingen das Hochmoor, das hat es uns echt angetan. Ja Leute, und weil Felsen alleine ein bisschen langweilig wären, haben wir hier noch ein richtig schönes Hochmoor. Das ist cool. Das ist eine große Herausforderung. Wo gibt es noch Orte, die absolut still sind? Wenn keine Menschen unterwegs sind, ist das hier einer von denen. Man hört gar nichts von Zivilisation, überhaupt nichts. Für uns geht es jetzt nochmal hoch hinaus. Wir folgen jetzt dieser Markierung, also der blauen. Ja, es bedeutet zwar nochmal ein ganz schöner Umweg, aber es soll sich wirklich lohnen, denn es geht hoch und man kann dann runter gucken. Mit dieser Schleife über den blauen Weg haben wir uns allerdings etwas übernommen. Es regnet sich gerade richtig schön ein und auch der Nebel wird immer dichter. Die Atmosphäre ist echt Wahnsinn, aber wenn wir Aussichten haben wollen, macht sich Nebel vielleicht nicht so gut. Wir sind an diesem Tag 18 km gelaufen und haben uns anscheinend echt überschätzt. Gerade der gelbe und der blaue Weg, die waren manchmal gar nicht so einfach zu laufen. Wir haben auf jeden Fall viel länger gebraucht, als wir eigentlich geplant hatten. Hier die Dreiecke, die führen uns hier auf diesen Wegen immer auf Aussichtspunkte. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man überhaupt irgendwas sehen kann. Also wir können ein bisschen was erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen was erkennen könnt, aber wenn hier klarere Sicht wäre, das wäre echt phänomenal. Das war unsere erste Tour nach der Zeitumstellung und am Ende hat uns doch die recht früh reinbrechende Dunkelheit überrascht. Aus diesem Grund hat das Video heute auch ein etwas abrupteres Ende. Aber keine Sorge, der Weckelsdorfer Felsenstadt, der widmen wir uns im nächsten Video noch mal genauer. Schaut mal, hier oben steht ein Eisbär da oben drauf. Der Felsen heißt so. Und ich finde, man erkennt ihn auch. Und hier drüben zwischen den Bäumen seht ihr Rübezahlszahnstocher. Rübezahlszahn hatten wir ja heute schon. So Leute, jetzt folgt mir mal hier in die andere Welt. Okay, ihr seht hier nicht viel. Ich sehe ein bisschen mehr gerade so, aber es ist echt dunkel hier. Aber eine krasse Schlucht. So, wir haben gerade schon die Taschenlampe rausgeholt. Jetzt geht es in die Unterwelt. Willkommen im Reich der Unterwelt. Ja Leute, und ich kann euch nur die hellen Abschnitte zeigen. Die Unterweltsabschnitte, die sind ja dunkel und da seht ihr sowieso nichts. So, jetzt kommen wir wieder raus aus der Unterwelt in die Welt der Lebenden zurück. Wie gesagt, zur Weckelsdorfer Felsenstadt wird es bald noch ein ausführlicheres Video geben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut mal hier. Da verlegen wir euch noch ein Video aus dem Elssandsteingebirge und hier unten aus dem Zittauer Gebirge. Und wir sehen uns natürlich draußen.